Hallo, wir zeigen euch, wie ihr eine Rezession für eine App im App Store schreibt. Ihr geht in den App Store, klickt auf die gewünschte App, dann scrollt ihr nach ganz unten und klickt auf Bewertungen. Dann klickt ihr auf Rezession schreiben. Hier oben könnt ihr auswählen, wie viele Sterne ihr wählen könnt. Hier schreibt ihr euren Namen rein, hier einen Titel und hier eure Rezession. Dann klickt ihr einfach auf Senden und fertig. Ja, das war's von mir und tschüss!